Und damit mal ein Video. Hallo und herzlich willkommen ihr Freund des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute habe ich für euch zwei Sets aus der Sloopan Mini-Army-Reihe. Eins aus der normalen Army-Reihe und eins aus der World War II Army-Reihe. Und ich habe mir schon länger die Frage gestellt, was können denn diese kleinen Sets hier? Die schwirren ja immer für 7 bis 8 Euro irgendwo im Netz rum. Man sieht sie und denkt sich, ist das was, kann man damit was anfangen oder eben nicht. Und darum habe ich mir exemplarisch einfach mal zwei Sets davon bestellt. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal an, ob das was ist. Interessant ist noch, das ist ein 8 in 1 Set. Sprich, man kann davon 8 Sets kaufen und kombinieren. Und das ist ein 4 in 1 Sets. Man kann also vier solche kleinen Sets kaufen und ebenfalls kombinieren. Aber für mich ist in solchen 8 in 1 oder 4 in 1 oder was auch immer Sets immer wichtig, dass auch die Einzelsets Spaß machen und funktionieren. Und man eben nicht alle 8 kaufen muss, um am Ende ein Set zu bekommen. Was am Ende sogar teurer gewesen wäre, als hätte man sich einfach gleich ein Set in dieser Größenordnung bestellt. Und deshalb bewerte ich heute auch einfach mal nur die Einzelsets. Dafür ausgesucht habe ich mir die M38 B0587C. 151 Teile aus der normalen Army-Reihe. Und es wird betitelt als ein gepanzertes amerikanisches Kettenfahrzeug. Und aus der World War II-Reihe die M38 B0680A. 84 Teile. Und es wird betitelt als deutsches Raketenwerfergeschütz. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was mir die zwei Sets hier geben werden. Die Rückseiten hatte ich euch ja schon kurz gezeigt. Man sieht auf beiden Rückseiten das zusammengesetzte Set, wenn man eben alle 4 oder hier 8 Sets gekauft hat. Ich mache jetzt auf jeden Fall schon mal das kleinere Set von beiden auf und wir schauen uns zusammen die Anleitung und die Teiltüten an. Im Set befindet sich Sluban-typisch wieder dieser Werbezettel, den ich jetzt schon zum 20. Mal habe und wirklich nicht brauche. Meines Erachtens Papierverschwendung und diese Auffaltanleitung hier. Und nebenbei auch noch ein paar Teilchen. Über die Qualität reden wir wie immer während des Baus. Und in der Auffaltanleitung wird alles in diesem Eiweißfarbton dargestellt, was schon gebaut wurde und was neu gebaut wurde und in Vollfarbe dargestellt. Und insgesamt haben wir 13 Bauschritte. Ich fange jetzt auf jeden Fall schon mal hier mit an zu bauen und wir sehen uns gleich höchstwahrscheinlich mit dem fertigen Set wieder. Außer es gibt schon bei diesem Set irgendwas Spannendes zu erzählen während des Baus oder irgendeinen großen Fehler aufzudecken. Und fertig sind wir mit der M38-B0680A und damit dem deutschen Raketenwerfer geschützt, was auch immer das genau da steht. Auf jeden Fall haben wir wirklich hier ein kleines, aber trotzdem relativ detailliertes Geschütz gebaut. Markantestes Merkmal ist natürlich hier die Frontansicht. Und ich finde das Ganze auf jeden Fall in Ordnung. Also wir haben schöne glänzende Teile auch dabei. Man kann natürlich hier hinten auch die Verstellung noch ein bisschen umändern, dass es mehr nach oben oder nach unten zeigt. Und man kann auch hier vorne den Bereich leicht drehen und nach oben oder unten ziehen. Ebenfalls dabei haben wir noch so eine Kiste, wo wir ganz gut Mörse-Munition reinpacken können. Denn die Mörse-Munition haben wir auch viermal dabei und dazu auch einen kleinen Mörser. Dieser kleine Mörse hat auch inne eine Feder, sodass wir damit wirklich das Ganze ein bisschen abschießen können. Das ist natürlich nicht sonderlich kraftvoll, aber es fliegt doch ungefähr einen Meter. Und zum Lieferumfang gehört dann noch diese Figur. Sie wirkt mir fast ein bisschen zu glücklich für einen Kampfeinsatz, ist aber auf jeden Fall auf der Brust bedruckt. Auf dem Rücken leider nicht, auf den Beinen nicht. Die Figur ist in Ordnung, auch die Arme und Beine lassen sich ganz gut bewegen. Und dann haben wir noch ein paar Ersatzteile. Und das Ganze bekommt man für 7 Euro ungefähr bei Sluban, wie gesagt 84 Teile. Ich finde, das Ganze passt auf jeden Fall gut in ein Diorama. Das Hauptgeschütz ist auf jeden Fall auch so detailliert, wie es sein muss. Es gibt kleine Schwachstellen wie die Angusspunkte, die kennen wir ja aber mittlerweile von den meisten Herstellern. Und es gibt eine Schwachstelle von der Teilequalität. Und zwar hier vorn, das kann man super leicht abziehen. Also das hält kaum, das kann man hier auch runter wackeln lassen und dann fällt das ab. Das ist jetzt klemmkraftmäßig nicht so eine Katastrophe wie alte Sluban-Sets, aber auch nicht so gut wie die ganz neuen Sluban-Sets. Ich würde sagen, dann schauen wir uns doch noch das Größere von beiden Sets an. Und zwar die M38 B0587C. Ein amerikanisches gepanzertes Kettenfahrzeug. Ich mache die Packung auf jeden Fall schon mal auf und dann können wir uns auch hier die Anleitung und die Teile-Tüten noch zusammen anschauen. Ganz gut gefüllt ist die Packung ja schon mal. Und wir haben mal wieder den Werbeblock und wie gesagt die Teile-Tüten. Ich hole auf jeden Fall hier die Anleitung mal raus. Wir finden auch einen Sticker-Bogen, relativ viele Sticker-Fansets in dieser Größenordnung. Es sind eben auch sehr kleine Motive, aber ich werde den nicht unbedingt anbringen. Und der Größenvergleich der Anleitung ist doch echt überraschend. Das ist das kleinere Set und das ist das Set mit doppelt so vielen Teilen. Also das ist wahrscheinlich der Prototyp einer Anleitung, die zu oft zu heiß gewaschen wurde. Für so ein Set reicht es zwar trotzdem noch von der Größe der Abbildungen, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es sich danach bauen lässt. Insgesamt haben wir neun Bauschritte, bis das ganze Gefährt fertig ist. Und hier wird verblasst dargestellt, was schon gebaut wurde und alles andere in Vollfahrt dargestellt. Bei dieser Stuban-Anleitung wurde es ja noch in so einem Eiweißton dargestellt. Ich fange auf jeden Fall jetzt an zu bauen und wir reden auch hier wie immer während des Baus über die Teilequalität. Und fertig ist auch das amerikanische gepanzerte Kettenfahrzeug. Und so viel größer ist es jetzt gar nicht, weil wir eben auch 54 Kettenteile an dem ganzen Teil hier verbaut haben. Und man muss halt wirklich sagen, es ist jetzt keine Schönheit. Also das ist wohl mit die kleinste Form, wie man einen Panzer darstellen könnte. Gut, man könnte jetzt sagen, das kann man ja als Spielset verwenden. Man hat ja auch eine Figur dabei. Aber wenn es ein Spielset ist, muss ein Feature auf jeden Fall funktionieren. Und das funktioniert hier überhaupt nicht. Also die Ketten laufen richtig, richtig schlecht. Und selbst auf einem Untergrund mit mehr Grip, wie einem kleinen Teppich oder ähnlichen, laufen die nicht gut. Da stocken sie vor sich hin, reißen teilweise. Das liegt aber nicht daran, dass ich zu wenig Kettenglieder verbaut habe, weil wir haben kein Ersatzkettenglied mehr. Und so rutscht er halt durch die Gegend, die Ketten bewegen sich nicht. Und damit ist es für mich auch kein wirklich gutes Spielset. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man hierfür auch um die 10 Euro ausgeben soll, laut Sluban. Und wenn man diese beiden Sets, die ich jetzt hier gezeigt habe, zusammenrechnet, diesen TL34 von Kobi dafür haben könnte. Aber ich habe es ja schon immer gesagt, Sluban ist nicht immer günstig. Es gibt von Sluban günstige Sets. Und es gibt Sets, die ich überteuert finde. Vor allen Dingen für das, was man dann geboten bekommt. Und obwohl mir ja eigentlich die Sluban-Steine für solche kleinen Sets meistens ausreichen. Das hat es mir irgendwie nicht so wirklich angetan. Die Figur ist auf jeden Fall in Ordnung. Mir ist nur diese Verbindung ein bisschen zu locker. Also das könnte gerne ein bisschen straffer sein. Sonst ist es zumindest eine voll ausgerüstete Figur, die man sich auch in einem Diorama mit hinstellen könnte. Zusammengefasst muss ich auf jeden Fall sagen, ich hatte mit diesem Set hier mehr Spaß, weil wir auch nochmal ein Spielfeature dabei haben. Wir haben noch diese Kiste hier dazu, das Figürchen und eben auch das Hauptset. Bei diesem Set bezahlen wir mehr, haben aber meines Erachtens viel weniger Spielwert. Und darüber, dass das ein Display-Set sein könnte, brauchen wir gar nicht erst diskutieren. Also das ist es auf jeden Fall nicht. Deshalb würde ich sagen, dieses Set hier, die M38 B0680A, würde ich euch auch empfehlen. Sie ist natürlich trotzdem nicht günstig, aber damit kann man Spaß haben. Dieses Set hier würde ich euch eher nicht empfehlen. Und damit haben wir bei den ganz kleinen Sluban Army Sets bisher ein gemischtes Ergebnis. Wenn ich mir natürlich noch mehr Sets davon mal anschauen soll, mit euch zusammen, um zu schauen, ob das eine positive Ausnahme und das die Regel ist, oder ob das die Regel ist und das eher ein Ausrutscher. Wenn ihr da Lust habt, finden wir das auf jeden Fall gern zusammen heraus, dass man eben für 17 Euro trotzdem hier nicht sehr viel Steine und nicht den größten Bauspaß erwartet hat. Deshalb ist das eine Empfehlung, wenn ihr das cool findet für ein Diorama oder ähnliches, aber jetzt auch kein Must-Have. Weil die Steinequalität hier jetzt auch nicht scheußlich ist, aber auch nicht die beste. Also die Klemmkraft ist in Ordnung. Die Steine sind halt teilweise sehr matt und abgegriffen, wie wir das halt von Sluban gewöhnt sind. Und wenn man dann für 17 Euro das hier bekommt und dafür, wie gesagt, verschiedene kleine Panzer bekommen könnte, die von Kobi in diesem Preissegment liegen, dann würde ich immer sagen, greift zu den Kobi-Panzern. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt oder eines der anderen Army-Sets, könnt ihr wie immer gerne eure Meinung dazu in die Kommentare mitschreiben. Damit helft ihr uns als Community super weiter. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, und dann habe ich wirklich viel Glück.